Die Federation Tunis Yen de Football oder einfach nur FTF ist der nationale Fußballverband des nordafrikanischen Staates Tunesien und wurde am 29. März 1956 in Tunis gegründet. Der FTF ist seit 1960 Mitglied der FIFA und des afrikanischen Fußballverbandes Confederation African de Football. Der Verband organisiert die Spiele der Nationalmannschaft, der heimischen Liga und den tunesischen Pokal. Siehe auch tunesische Nationalmannschaft, tunesische Nationalmannschaft, tunesische Fußballmeisterschaft, tunesischer Fußballpokal.